Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem YouTube-IT-Kanal. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. In diesem Video zeige ich euch mal, wie man dieses Notebook auseinanderbaut. Das ist ein HP Pavilion Sleekbook mit der Modellnummer 15B030EG. Da zeige ich mal, wie man das Gehäuse hier auseinanderbaut, den Akku rausmacht, dass es hier einfach die Festplatte ausbaut oder eine SSD einbaut, RAM-Upgrade oder wie man den Lüfter da reinigt. Gerade hier an die Platte ranzukommen, das ist ein bisschen knifflig. Das Video funktioniert mit diesem Notebook oder auch mit anderen Sleekbooks. Die haben teilweise verschiedene Nummern. Die Notebooks von HP, die heißen ja meistens HP Pavilion. Früher hießen die dann noch DV6 oder DV7, also hatten so eine griffige Bezeichnung. Mittlerweile haben die nur noch diese Nummern hier und je nachdem, wo ihr euer Notebook gekauft habt, im Internethandel oder in irgendeiner Elektrokette, da haben die eigenen Nummern, damit man die vom Preis her nicht so gut vergleichen kann. Funktionieren tut dieses Tutorial aber auch wahrscheinlich mit eurem Gerät, auch wenn die Nummer ein bisschen anders ist. Zuerst natürlich mal runterfahren, ausschalten, zuklappen, Netzteil natürlich abziehen und den Akku rausnehmen. Der Akku lässt sich bei diesem Gerät ja recht leicht rausnehmen. Da schiebt man hier diese Schieber nach links oder rechts und nimmt den Akku dann raus. Und so sieht er aus. Wenn ihr einen Ersatzakku braucht, das ist also so ein ganz schmaler. Schaut einfach mal unten in der YouTube Videobeschreibung oder auf der Seite tooltime.de. Da findet ihr auch die Ersatzteile für das Gerät. Als nächstes muss man hier am Unterboden acht Schrauben rausschrauben. Das sind diese hier, 2468. Die sind hier hinten zu finden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Die letzten beiden Schrauben sind ganz besonders wichtig. Die halten die Tastatur. Die müssen auch raus. Hier links und hier rechts an den Scharnieren des Notebooks. Also hier ist jetzt hinten und hier ist vorne. Da sind auch noch zwei Schrauben. Einmal hier eine, einmal hier. Die sind leicht zu finden. Die macht man einfach raus. Die sind nicht unter einer Abdeckung oder unter einem Gummipuffer. Und dann gibt es hier so kleine Klappen. Bei vielen HP Notebooks gibt es diese Klappen, so wie man die hier sieht. Die macht man ab. Und da sind noch andere Schrauben dann drunter. Bei diesem Modell hier aber nicht. Also hier scheint diese kleine Klappe eine rein dekorative Funktion zu haben. Also hier sind keine Schrauben mehr drunter. Die braucht man scheinbar auch gar nicht abmachen. Ich habe das Notebook wieder rumgedreht und aufgeklappt. Und hier sieht man die Oberschale. Und bei vielen neueren Notebooks ist die Tastatur und die Oberschale eine Einheit. Das kann man hier einmal so komplett abnehmen. Das ist bei diesem Modell nicht der Fall. Man muss zuerst diese Tastatur entfernen. Also die ist eine eigene Einheit und die ist hier reingeklipst. Das ist jetzt die Unterseite vom Notebook. Ich habe es mal auf die Seite gestellt. Und hier waren ja zwei Schrauben. Die haben wir schon rausgeschraubt. Da ist so eine Tastatur abgebildet. Einmal hier, einmal hier. Da nimmt man hier so einen kleinen Schraubenzieher, steckt den hier so rein und kann jetzt hier die Tastatur lösen, indem man hier drauf drückt. Einmal hier unten und einmal hier oben. Und die Tastatur auf der anderen Seite, die biegt sich dann ein Stück hoch und dann kann man die rausziehen. Das sieht dann so aus. Also jetzt drücke ich von unten mal mit dem Schraubenzieher gegen die Tastatur und dann biegt die sich so hoch. Dann kann man die hier so greifen und kann die hier ganz vorsichtig raus machen. Die Tastatur ist hier mit kleinen Clipsen befestigt und dann klappt das so. Dann kann man die vorsichtig rumdrehen und hier dieses Kabel lösen. Das habe ich hier schon mal gelöst. Das ist hier in diesem Stecker drin. Da klappt man hier diese Verriegelung hoch und kann das Kabel dann rausnehmen und hat hier dann die Tastatur. Und wenn man sich die Tastatur mal ein bisschen genauer anguckt, die ist wirklich sehr dünn. Die verbiegt sich sehr leicht. Früher waren so Tastaturen mal ein bisschen stabiler, ein bisschen dicker. Das ist hier jetzt nicht mehr der Fall. Also die ist richtig labrig. Die geht auch leicht kaputt. Und hier unten sieht man dann diese beiden Gewinde, wo die beiden Schrauben drin waren. Unter der Tastatur befinden sich noch mal fünf Schrauben. Habe ich schon mal rausgeschraubt. Das sind diese, die hier vorne liegen. Das ist hier die erste, die zweite, dritte, vierte und hier ist die fünfte. Es kann natürlich sein, dass ihr vielleicht ein anderes Modell habt, das ein bisschen anders ist und dass ihr hier noch mehr Schrauben habt. Schraubt alle Schrauben raus, die ihr hier unten seht. Hier sind auch noch zwei Flachbandkabel, die man lösen muss, bevor man diese Abdeckung entfernen kann. Flachbandkabel Nummer eins, Flachbandkabel Nummer zwei. Das sind so kleine Verriegelungen. Die muss man hier ganz vorsichtig lösen mit dem Schraubenzieher oder mit einem anderen geeigneten Werkzeug und kann die beiden Flachbandkabel dann hier so raus machen. Jetzt kann man diese obere Abdeckung hier entfernen. Greift man am besten hier hinten hin, wo der Akku war und kann das dann hier so hochziehen und dann geht das auf. Ich habe das schon mal ein bisschen vorgelöst. Also normalerweise klackt das mehr und da ist wesentlich mehr Widerstand und dann kann man diese Abdeckung hier so abnehmen. Das hier ist diese Abdeckung von unten und hier unten sieht man auch dann das Touchpad und die beiden Knöpfe und hier oben ist dann der Einschalter und das sind auch diese beiden Kabel. Das ist einmal hier und einmal hier, die da abgemacht wurden. Jetzt ist das Notebook komplett offen. Da hat es einmal hier die Festplatte, die gleich gegen eine SSD ausgetauscht wird. Dann hat es hier das Mainboard, hier ist dann der Lüfter, das Lüfterrad, hier ist die Heatpipe, hier unten sind diese Kühlamellen drunter und hier vorne sieht man schon ein RAM-Modul. Und hier das Ganze nochmal in der Nahaufnahme. Um die Festplatte auszubauen, muss man vier Schrauben entfernen. Eins, zwei, drei und vier habe ich hier dann gemacht. Das sind die und dann kann man die Platte vorsichtig so rausnehmen. Hier hinten hat es einen ganz kleinen Stecker, den muss man vorsichtig abmachen. Das ist dieser SATA-Stecker, der geht aber hier auf so ein kleines rundes Kabel. Diese Stecker gehen auch leicht kaputt, also am besten da hinten nicht viel dran machen, sondern vorsichtig so entfernen wie gesehen und dann hat man hier dann die Festplatte. Hier links ist jetzt die neue SSD, die da eingebaut werden soll. Hier rechts die Festplatte mit dem Rahmen. Das ist so ein kleiner Blechrahmen, der ist mit vier Schrauben befestigt. Hier liegen die schon mal, die habe ich rausgeschraubt und das wird einfach so eins zu eins umgebaut. Dann kommen hier die Schrauben wieder rein und dann wird der Rahmen mit der SSD wieder eingebaut. Beim Einbauen darauf achten, dass dieser kleine Stecker hier richtig reingesteckt wird und dass er sich nicht verdreht. Der geht wie gesagt gleich kaputt und dann kommen die vier Schrauben wieder hier rein. Den Lüfter bei diesem HP Pavilion kann man sehr einfach ausbauen. Der ist nur mit zwei Schrauben befestigt. Einmal hier, einmal da. Das sind dann diese beiden Schrauben und dann kann man den hier so rausnehmen. Hier ist er noch festgemacht am Mainboard und dann kann man den austauschen oder hier dann entsprechend sauber machen. Auf der Unterseite von dem Mainboard befinden sich einmal der Prozessor und dann die Grafikkarte. Diese beiden Chips, die sind gekühlt über den Lüfter und hier hat es die Heatpipe. Die geht einmal hier so außen rum und wenn man hier weiter den Staub raus machen möchte, muss man hier Schrauben entfernen aus dem Mainboard. Eins, zwei, drei, vier. Müsst ihr gucken, bei euch sind es vielleicht ein oder zwei mehr oder auch vielleicht auch weniger. Dann kann man den Lüfter hier beiseite tun und dann kann man das Ganze hier so ein bisschen anheben und kann hier unten den Staub entfernen. Wenn ihr das ganze Mainboard ausbauen wollt, um hier an die RAM-Module zum Beispiel ranzukommen, dann muss man wie gesagt diese Schrauben entfernen, also alle die man hier oben sieht. Dann hat es hier neben nochmal ein Flachbandkabel, das muss ab. Hier nochmal so einen kleinen Stecker, wahrscheinlich hier für die Lautsprecher. Hier die WLAN-Karte, die Wifi-Karte, die muss raus. Die ist auch mit einer Schraube befestigt und dann hat es hier den kleinen SATA-Stecker. Der ist so ein bisschen eingeklemmt und wenn man das ganze gelöst hat, kann man das Mainboard einfach hier so hochklappen. Das ist jetzt die Unterseite von dem Mainboard. Da hat man hier einmal die CMOS-Batterie und dann hat es hier die RAM-Module. Hier hat es zwei Steckplätze mit SO-DIM-Modulen. Eine ist bei diesem Gerät besetzt und da kann man hier noch ein zweites Modul einbauen. Wenn ihr bei eurem Gerät irgendwie eine Überhitzung feststellt oder mal eine gehabt habt, dann solltet ihr auch hier die Wärmeleitpaste oder die Wärmeleitpads tauschen. Da müsst ihr diese Heatpipe hier abschrauben. Dann hat es hier eins, zwei, drei, vier Schrauben. Hier nochmal drei. Die müssen ab. Dann kann man hier diese Kühlelemente abnehmen und kann darunter die Wärmeleitpaste wechseln. Hier drüben ist die CMOS-Batterie. Das ist eine Knopfzelle, eine ganz normale, handelsübliche CR2032. Die puffert die CMOS-Daten, also Bootreihenfolge, Datum, Uhrzeit und so weiter. Die könnte einfach rausmachen und die Gegenden neu tauschen. In diesem Video habt ihr also gesehen, wie man dieses HP Pavilion Sleekbook auseinanderbaut, wie man hier an die ganzen Teile rankommt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und es hat euch ein bisschen was gebracht. Wenn ja, gebt dem Video doch einfach einen Daumen hoch und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die einfach unten in die YouTube-Kommentare, da antworte ich gerne drauf. Besucht doch einfach mal die Seite tooltime.de. Den Link blende ich hier ein oder den findet ihr auch unten in der YouTube-Videobeschreibung. Klickt ihr einfach auf mehr Anzeigen und da wird die aufgeklappt. Da findet ihr auch jede Menge Ersatzteile für das Notebook und auf der Seite tooltime.de bei dem entsprechenden Artikel noch jede Menge Bilder, Details und weitere Tipps und Tricks. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein, die euch gefallen können. Da seht ihr zum Beispiel, wie man andere Notebooks auseinanderschraubt, wie man Drucker repariert, in Stand setzt und die Druckkopf reinigt, wie man Windows 10 installiert, repariert oder auch ein paar Tipps und Tricks dazu. Schaut euch einfach mal um, da sind bestimmt auch noch jede Menge Videos für euch dabei und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert.